So! Oh, tolle Musik! Hi! Es war nämlich Schleunigszeit neues Video zu machen. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uhuhuhu! Uhuhuhuhu! Super! Ja, nett war's auf jeden Fall nicht! Aber ich dachte, was da oben... Da oben ist doch auch was! Ja, da ist ein Pilz! Nö! Ah, ich weiß, wie ich's mache! Ja! Yay! Notversetztes von der anderen Seite auch! Ja! Sehr gut! Mhm! Die Bilanz ist negativ! Gut, ich wusste rüber! Yay! Aber da heißt's Want More Trees und hier sind gar keine Töne! Ach doch, das sind schon Trees! Okay! Aber einfach waren auch welche! Stimmt! Das waren die Äste, worauf du rum... Gedingst bist! Gedingst! Gedingst! Ja! Ich glaub, du solltest unten rum! Nee, ich mach das stylish! Hehehe! Shell Jump! Ja, den kannst du auch bis an den Rand laufen lassen! Oder auch nicht! Oder auch nicht! Oder auch nicht! Oder auch nicht! Der kommt wieder! Das war stylisch! Ich mach das stylisch! Das muss jetzt sein! Und den kannst du direkt aus dem Stand da machen! Den Shell Jump! Ja! Da ist er sogar einfacher! Ja! Jetzt solltest du die halt vor die Wand schmeißen! Ja! Vor die Wand! Ich sollte das Gamepad mal gerade halten! Vor die Wand! Irgendwas passt da nicht! Vor die Wand! Vielleicht ist da auch so ein Magnet da oben! Nein! Der Shells anzieht! Haha! Sieht aber so aus! Das war jetzt mit dem Deepit! Du kannst es auch von woanders machen! Ja! Genau! Das meinte ich! So! Jetzt ist es eh nur wegen... Oh! 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 Ich glaub der Chuck wär richtiger gewesen! Du kannst rutschen! Ich hab ein P-Switch in der Hand! Ah! Da kann man nicht rutschen! Oh! Okay! Ich kann kacken! Haha! Ich hab ein P-Switch in der Hand! Haha! Oh! Da ist ein Trampolin! Das haben wir noch nicht! Überall sind Stöcke! Und ich fall da runter wo der Baum ist! Haha! Man nennt sie auch Ast! Ich nenn sie Stock! Und das andere ist Stamm! Weil der Baum ist überall! Peace! Mit Jump! Oh! Aber ich versteh gar nicht welchen... Ja! Okay! Dann mach ich das anders! Ich wollte da unten rein! Hm! Das wäre vielleicht ganz cool! schaffe ich aber ich muss die feder behalten ich glaube das ist ja nur für den mond weil hier gab es ja kein secret ich möchte trotzdem gucken was da ist ich denke du kommst und zu dem mond hin aber du kannst gucken es ist wichtig zu den nachdenken ich muss groß sein dafür es ist vor allem ich weiß nicht was sind es wird schon hast du den gedrückt direkt hat ja das wird gut ich sollte auch nicht rüber springen verdammt so nein nein aber so ist noch aber die feder will ich behalten ne schau ich nicht ich denke du kommst unten zu dem mond ist der mond jo und dann da wieder raus denke mir ist es nicht sehr schön nein gibt's doch nicht ey so du gehst da hoch dann halt nicht hat doch eben auch so geklappt ne halt stopp so so jetzt rutschen können jetzt leben bekommen das leben ist mir grad sowas von egal z jetzt wird was da noch war ja ja er hat doch einfach dass die hier hin machen können das ist ein großes item kurz vor dem schluss hauptsache geschafft ja und jetzt wird es leider rutschig rutschig oh das ist doch toll neee irgendwie nicht ja jetzt rutschig jetzt sagen wir die mal ein hier bitte was sind Münzen mhm cool ich glaub die musik mager die hat er nur zweimal benutzt jetzt und ee hm im 2e und in dem hier hat diese Ja, der hat hier noch so eine ähnliche drin. Krieg ich da hoch? Ja, aber da rein. Oh, yeah. Ja, du schießt Schneebälle. Yay! Da, 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 da ist Licht. Schon für das Licht. Schon, ne? Ja. Aber, ne, das, ah, die Licht ist da normal. War denn das dunkle Fenster? Ne, ist auch normal. Okay, dann war das einfach nur wieder doof von mir. Ne, da war Licht. Ja, aber ich meine, es ist nichts Besonderes. Es ist eigentlich normal. Das wäre, ah, ja. Ne, wo ist die Röhre? Wo ist die Sprungröhre? Da nicht. Vielleicht hier? Also, da ist keine Röhre. Ja, aber hier ist so ein Ding, wo man rausspringen kann. Ich suche nur das, wo man reingeht. Naja. Egal. Wo willst du denn da hinspringen? Ich habe keine Ahnung, aber in irgendeinem Grund muss das ja da sein. Deko. Kann auch sein. Kannst du diese Typ mal hier aufheben? Wenn du auf den stehst. Keine Ahnung. Würde mich jetzt mal interessieren. Wenn noch einer kommt, probier ich's aus. Der wird, glaube ich, sprechen. Achso. Das liegt daran, weil du gar nicht existierst, sondern nur ein Bild bist. Das liegt daran, dass ich dir was erzähle. Du hast nicht mal ne Animation. DiscoFlurry, viel Spaß. Ja, das hört sich toll an. Und neues Video.